Auf den Bildern einer Überwachungskamera sieht es so aus, als wollte der Mann in Gütersloh einfach nur tanken. Aber plötzlich bricht ein Feuer aus. Der Fahrer läuft in den Flammen davon. Gegen 1.40 Uhr wurde die Feuerwehr in Gütersloh darüber informiert, dass auf einem Tankstellengelände in Gütersloh am Nordring ein Pkw brennen sollte. Als die Einsatz- und Rettungskräfte dann auch vor Ort eingetroffen waren, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Ein schwer verletzter 35-jähriger Mann konnte im Nahbereich mit Brandverletzungen angetroffen werden. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle soll dann einen Notausschalter gedrückt haben. Die Pumpen haben keinen Strom mehr, Kraftstoff kann nicht weiter fließen. Der Mann kommt in eine Spezialklinik, aber die Einsatzkräfte finden auf dem Beifahrersitz eine tote Frau. Sie ist komplett verbrannt. Die Identität ist noch unklar. Es handelt sich aber wahrscheinlich um die 28-jährige Ehefrau des verletzten Mannes. Beide haben die ukrainische Staatsangehörigkeit. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen, die in Gütersloh angelaufen sind, sind dann im Laufe des Vormittages durch die Bielefelder Kollegen, durch die Mordkommission Nord übernommen worden, werden fortgeführt. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich auch unter Umständen um ein Tötungsdelikt handelt. Gleichwohl wird natürlich auch in Betracht gezogen, dass es ein Unglücksfall sein könnte. Da müssen wir tatsächlich jetzt einfach den Ermittlern etwas Zeit geben, Informationen zu verdichten, um da dann eine Klarheit zu schaffen, die tragfähig ist. Auch heute steht das ausgebrannte Auto noch an der Tankstelle, verdeckt von Sichtschutzwänden. Die Leiche wird am frühen Nachmittag abtransportiert. Sie soll morgen obduziert werden.